herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge dalek mod ja wie ich in den letzten videos gesehen habe dass unten der abgeschnitten war ist jetzt leider hier oben über euch ein schwarzer rand ist aber nicht so schlimm sagen wir gehen einfach weiter direkt wieder in unsere schöne welt ich habe nämlich noch ein bisschen gefahren hat plastik gefunden aber dann nicht wenig das war einer höhle versteckt ja dann habe ich noch 9 besiegt spektakuläres 33 plastik oder ich habe mir einfach mal ist was gut so genau was ich schon gesehen also was ich gerade sehen können wir sind gerade im vortex ja man kann nämlich mit diesem wasser da wenn der meiser zu einem random ort mache ich das einfach mal und was ich gesehen habe ja ich habe jetzt wir sind bei dem fahrstoff zusammen gewischt habe er zu branchen und wir können unseren soll ich mal lieber ausmachen ist gebraucht wir können unseren ersten teil des anzugs fertig machen und nicht sogar zwei teile war das da und einmal das da machen wir das doch schon mal also als erstes brauchen wir hier unseren helm und wenn ich das richtig in erinnerung habe ne wo war der denn da ah ja so ok ähm ich brauche nur 6 6 ok perfekt um mal hier unser dateien und haben wir einen zweiten teil so cool sieht das aus also hälfte unseres anzugs haben war packen wir das schon mal hier drin ok dann ja würde ich sagen machen wir noch ein eisenschwert vielleicht mein stein wird das hast aufgebraucht ja ich habe keine sticks auch geil hier sind nur die pfeiler aber hier ist holz heute ist auf jeden fall auch noch mal ein bisschen fahren können wir ja gleich machen ich hoffe ich hoffe wir spawnen bei das was heute hat da ist die kaffee mein gott nein so und zack perfekt würde ich sagen landen wir mal raus in die wildnis okay wir gehen trotzdem mal hier rein wir sind bei einem torf geil ist das einfach zum dorf bringt was ist das ok das sieht aus wie ein ganz großer dalek oh gott habe ich gesehen wir haben jetzt aber auch keine rüstung oder so ist das problem hey 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 bro bro ich will keinen stress ich will keinen stress bitte lassen sie mich oh hier sind noch mehr oh gott oh gott oh gott das von daleks befallen gut zu wissen okay oh gott ist noch einer alter kommt in der leer wir sind zu viele ich brauche einen bogen oder so also das ding sieht ziemlich groß aus Alter Okay, Leute Wir brauchen dafür, glaube ich, bessere Wappen Da der Kaniumschwert Oh, wir haben nicht bei Weitem so viele Ingots Scheiße Was machen wir denn jetzt? Kann ich irgendwas aus Plastik machen? Fuck Okay, ich muss zurück zu Tades Wir machen uns einen Bogen Was? Alles klar Von dem Dalek in die Luft gesprengt, Alter Ich brauche ein Bett Wir brauchen eine Waffe Erstmal machen wir uns jetzt einen schönen Bogen Alter Ich habe das Gefühl, der spawnt die Das kann ein Problem werden Wir haben Goldapfel Wir nehmen auf jeden Fall mit Hier diese Zeit und Sieben Die kriegen wir aus diesen Blöcken Die hab ich rausgefunden Komm schon Wo sind denn meine Fäden? Alter Okay, wir haben genauso viel Wie wir für einen Bogen brauchen Ne, komm, machen wir einen schönen Bogen hier Perfekt Äh Brauchen wir noch die Pfeile Vier Pfeile haben wir nur Oh fuck, Alter Das könnte echt Ähm Ein Problem werden Okay Okay Aufwändigen Kampf Oh, wir müssen die irgendwie Weggelocken Okay Okay, wir sind immun gegen Pfeile Einen hätten wir Oh fuck, oh fuck So stark sind sie doch nicht Ich habe ein Foto von dem Alter, scheiße Wie kriege ich dich denn Kann ich dich Ah ja Komm her Was wär's so einfaches Hm Bist du schwieriger vorgestellt Kriege ich auch irgendwas von dir? Oh Gott Nee Halt's Maul gar nicht Oh Gott Scheiße Scheiße Oh fuck Nee Das bringt uns nichts Das bringt uns nichts Wir müssen hier weg Wir müssen hier weg Oh fuck Alter Ich weiß nicht, ob wir eine bestimmte Zeit haben oder so Aber Ja ja Exterminate Könnt mich mal Ja team speak Lass mich in Ruhe Alter Das Ding ist zu krass Wir müssen zuvor wieder hin Location ist ja immer noch eingespeichert So, wo ist das große Ding? Wo ist es? Hey, miss es, ne? Da sind die Daleks Okay, kann gucken, ob du Mann, der spawnt immer wieder neu Wie soll das denn so klappen? Ja, ja, ja Tschüss Da müssen die mal weglocken Oh Gott, das sind so viele Wir brauchen mehr Kommt her Oh, Schafe Wir brauchen noch ein paar Schafe Dann können wir uns sogar die Hose machen Okay, wir haben keine Pfeile mehr Nicht so schlimm Wir wissen, wie dieses große Ding besiegen Also müssen wir uns regenerieren Warte, wir brauchen diese Food Cubes Die geben uns ja Random Effekte Die könnten uns echt helfen Okay, ähm Also auf zurück zur TARDIS Und Wir müssen die Verstärkung holen Okay, warte, wir gehen ganz weit weg von Daleks Weiß ich nicht, was ich für eine Range haben Einer steht da Noch mal einer Ich darf sie nicht angucken, dann zählen sie mich Alter, jetzt kommt wieder raus in die Luft gesprengt, ne? Holy Macaroni Okay, jetzt auf, auf, auf den Dalekkanen Oder wie der Typ auch heißt Weiß ja nicht, wie viel Leben der hat Ich darf einfach nur ablenken Ich denke, das macht genug Schaden Aber ich habe keine Lebenserzeige Ich habe ihn Äh, das Ding steht hier immer noch Ja, wir haben das Ding auf jeden Fall ausgeschalten Kommen wir uns jetzt um die restlichen Daleks hier Okay, warum auch immer dieser Song jetzt kam Also, äh, also ist das jetzt so, dass die Dinger und die Dörfer umstellen oder wie ist das? Du schießt nicht Na gut, vielleicht doch Äh, alter Wir setzen uns auf jeden Fall im Waypoint Wir haben Wir haben Wir haben Ein Puh Ganz dick Oh Was haben wir? Sonic Kristall Müssen wir noch Stimmt Warte mal, vielleicht ist das ja ein Sonic Kristall Dann hätten wir Glück Dann müssen wir noch ein paar mehr Daleks besiegen Aber erstmal machen wir uns da hinten Waypoint hin Dörfer Perfekt Also, ähm, wir lagern das natürlich erstmal ein Wass mal, ich kann mit den Ah, okay Also, was war das gerade für ein Bild Aha, Ender-Oge, spaß, soll ich noch als besser? Wir brauchen einfach nur Ender-Ogen Lul Okay Was haben wir denn hier noch so? Erstmal bringen wir diese ganzen Sachen weg Alter War jetzt nicht wirklich der größte Kampf der Welt Aber, naja, ne Warte, wir können Ja, wir können uns die Hose machen Oh Gott, alter Vielleicht werden wir der nächste Folge auf den Mond gehen Wer weiß Wer weiß, der wird sehen Oh Oh, ne Äh Ups, das sollte nicht passieren Alles gut Ja Gut Also Erstmal, wo sind denn hier unsere Wertsachen? Da Wir tun das rein Tun wir da Lecanium rein Perfekt Ah ja, Plastik sollte auch noch reinkommen Ah, wir brauchen nochmal vier schwarze Wolle Wollen wir jetzt ganz einfach jetzt hier raus Hier kommen einfach nur die Mobdinger rein Ammo? Ist das Ammo? Hm Perfekt Perfekt Äh, aber erstmal machen wir jetzt unseren Anzug hier Passt für dich Wir brauchen einfach nur Inksacks Und einen Tintenfisch, das heißt ein bisschen irgendwo aufs Meer Wollen wir mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Yes, da ist die Hose Oh, Alter Geh, nur noch die Schuhe Okay, wir gucken mal kurz, wie wir Die Ach, es gibt ja noch Wow Werken einfach Geil Okay, äh, oh Blackpastik Block Da brauchen wir vier Wart mal Vier, acht, zwölf, sechzehn Wie viel haben wir? Wir haben Oh, wir haben Wir haben genug Wir brauchen jetzt nur noch Äh, viermal Wir brauchen nur noch Viermal Äh Schwarzen Farbstoff Huuu Na, aber erstmal können wir uns jetzt um die restlichen Dalex Mischen Schwindel auf den Dock Verwirte, ich befreie euch Da hat das Ding So, wird ausgeschalten Wo, wo sind die Dalex? Äh, kann ich das Ding mitnehmen? Irgendwie als Trophäe oder so? Das hat ja ne Hitbox Ne? Okay So, wo sind die restlichen Dalex? Alle gibt's so Ah, ne, da hinten ist einer Komm her Komm her Wow Wir haben ihn Alter Na, was machen wir jetzt mit dem Ding? So, und seid es zu fehlbehalten So, ihr seid alle wieder sicher Yay, ich hab euch gerettet Dankeschön, wär auch gut Ich meine, ihr habt keinen großen Qualostabletten Außer vielleicht, dass ein Hausschrott ist Aber naja, ne Nehm ich alles mit Das Essen So, ähm Was schweben sie denn hier alle so? Wär mal gut zu wissen Äh, für ein Embroids So Leder, Leder habe ich sogar vielleicht Ich bräuchte einen, der mir Tintensäcke verkauft Ob es so welche gibt? I don't know Äh Äh, 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 gut Äh, äh, gut Äh, äh, gut Die brauchen wir Wir brauchen die Zunge von ihm Und blau da, der, genau Wo kommt der denn jetzt her? Dieses Dorf wurde wirklich infiltriert Scheiße Habe ich dich Ja Wir haben die Zunge Alter Aber was, was, was war das denn für ein Glück? Alter Ich wollte einfach nur mit dem Traden Sieht denn von euch nicht gut? Wurden infiltriert, alter Hey, der Witzker Also wir haben die Zunge Das ist gut Das ist wirklich gut Das ist unser erster Teil Fürs Blix hier Oh, guck mal, wer das ist Mal kurz Nee Ich erkenne es auf jeden Fall, wenn ich sehe Äh, okay Irgendwie sehe ich es gerade doch nicht Ach, ist jetzt auch nicht so wichtig In dem Fall haben wir das erster Teil Jetzt müssen wir nur noch Was ich unbedingt noch vorhatte War nämlich noch mal zum Dinge zu reisen Zum Erz Perfekt Da haben wir mal ganz kurz Und da hat der Kranium ein Das große Zunge Alter Geil Denn Es gibt dir Aber der Ammo kommt auch noch rein Ammo kommt auch noch rein Ammo kommt auch noch rein Da rein Geil Hier war ja das schöne Erz, ne? Gerecht hatte Ja, hier war die Höhle Da Was ist das? I'm gonna find steel Ah, wir können Wir haben endlich steel Das müssen wir nämlich im Ofen machen Oh, wir haben endlich Stahl Und mit Stahl können wir dann auch Sehr viel weitermachen Geil Also alles im einen Eine erfolgreiche Voll Ohly shit Bitte Halex an den kompletten Planeten infiltriert Oh, oh, oh Komm, den entstappen wir uns hier noch, oder? Komm Wow, okay, die schießen explosiv Die schießen explosiv Die schießen explosiv Weg hier Alter, warum sind denn hier plötzlich so viele? Holy shit Komm schon Komm schon Hoch hier, hoch hier Nur in der Tat Das sind wir sicher Oh, warte Da kommt ein blauer Da kommt ein blauer Wo kommen die denn alle her? Hallo? Hallo? Da ist schnell Bring mich hier weg Holy shit Okay, Leute Okay, Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Alter Ich beende das schon mit Musik Boah 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 Bitte zuschauen Macht's gut und schau, freut euch immer.